Okay, nice. Sonst hätte ich es bereut, es gekauft zu haben, wenn man so schnell downert. Achso. Ne, ne, ich spiele Hardcore. Wie gesagt, ich spiele auf Dark-Matter-Tarnung. Und da muss man halt verschiedene Aufgaben... Ach, das erkläre ich jetzt eigentlich. Das kennst du wahrscheinlich gar nicht gut. Da muss man halt verschiedene Aufgaben erfüllen. So. Und ich habe jetzt gerade Aufgaben... Ich wurde von... Ich wurde von Vorräten erschlagen, Alter. Du wurdest vom Remake geholt. Ich wurde von Vorräten erschlagen. Echt? Ich bin gespawnt worden und dann kam die Vorratsgesandrede geschlagen, Alter. Genau, wo ich gespawnt worden bin. Geil, Digga. Hey. Jetzt hat er das gehört, dass ich nach ihm gefragt habe. Ja. Ich wollte noch jemand Inkompetentes dabei haben, deswegen habe ich gefragt. Weg mit euch. Nein, oben am Fenster steht wieder einer. Was brauchst du eigentlich noch, so sieben, fünfe Abschüsse? Ja, es fängt wieder an. Ich spiele wieder die. Ich mag es um. Ich brauche die nicht mehr, ich habe die alle fertig. Ja, ich habe ja seitdem nicht mehr gespielt. Kommen die vielleicht von C jetzt? Am Fenster, am Fenster im grünen Haus. Oh, der sitzt oben. Ich habe ihn nicht gesehen. Oh, ich hasse es, wenn die auf diesem Blender sitzen, ne? Warte, Kollege. Jetzt geht er runter. Die blöde Drecksau. Jetzt ist er tot. Ich will dich verarschen. Oh, der Spawnwechsel. Schade. Komm. Wieder Spawnwechsel? Mhm. Anscheinend. Oh, shit. Oh, mein, im Fenster. Nein, ich war schon wieder bei vier. Alter, irgendwann schieße ich mir ins Gesicht. Im wahren Leben. Mann. Das ist doch zum Kotzen langsam. Vier tot. Ey, dieser Typ, ne? Der regt mich richtig auf gerade. Ich habe Vorräte. Ich würde gerne holen. Weg mit dir. Lappen. Wieso trifft man den nicht? Ey. Junge. So, ich muss noch Waldschüsse machen. Weg hier. Ja, hasse davon. Hasse davon. Ja, toll. Danke, Mario. Vielen, vielen Dank. Es ist immer nett, mit dir zusammen zu spielen. Habe es jetzt wirklich eine Störung an? Von Twitch ist es oder so? Ja. Oh, Entschuldigung. Arschloch! Das hast du extra gemacht. Du Arschloch. Das konnte ich mir nicht verkneifen. Ohne Scheiß. Du standst genau da, wo ich meine Waldschüsse machen will. Stellt dich genau vor mein Gesicht, ey. Das hätte ich gehabt. Nein. Eigentlich hätte ich gerne, dass du mal so richtig herzhaft so fünf, sechs Stück in den Mund nimmst. Und dann... Er will Arsch an mehr von dir, Susi. Was? Warum? Alter! Die Schrotz ist ja heftig. Ich glaub, die haben, ich glaub, die haben Swarmwechsel, ja. Gut, Weitschüsse, Weitschüsse, weg da. Weg, Justin, weg, Justin, zieh Kopf ein. Ja, Susi, stell ich mir genau davor, ey. Glaub mir, ich zieh durch. Weg da! Ich stell's doch genau dahin. Boah, Susi. Warum treib ich den nicht? Der muss doch in der Mitte gestanden haben, kann ja gar nicht anders. Scheiße. Ich hab ne Reaktion wie so ne Rentner, Alter. Bonnie, lass das sein, die Chipstüte ist leer. Wieso treib ich den nicht? Ja, was machst du den Jungen? Sie läuft mir wieder vor die Flinte, weil das gibt's nicht, ey. Gleich sterbst du selbst, pass auf. Geh weg da jetzt! Nee, ich pass das nicht, ey. Oh nein, du bist weg. Ja, ich bin jetzt weggegangen, hallo? Oh shit, ey. Das wird so witzig, ne? Ja, find ich toll. So krieg ich auch Waldschüsse, so. So, dann musst du da oben. Ja, Waldschüsse machen, von hier aus. So, tschüss. Hallo, ich hole mir die Waldschüsse, egal wo. Hauptsache, hier kannst du dich nicht vorstellen. Hau ab jetzt! Guck, guck. Machst du, dass du jetzt wegkommst? Keiner. Nein, ich bin runtergefallen, scheiße. Da war einer, da war einer oben im Haus. Hab ihn, hab ihn, ja, ja. Ja. Was machst du hier? Da unten kommt einer, geh weg. Oh, bist du wohl, man? Oh ne Scheiße. Wie würdest du denn deine Püppfachabschüsse kriegen, wenn du dauernd schwirbst, ey? Das macht mir grad viel mehr Spaß, als du dauernd schwirbst. Ich hab jetzt einen Kaffee getrunken und eine Zigarette geraucht, aber beruhigt hab ich mich noch lange nicht. Ich hab meinen Kaffee getrunken, beruhigt hab ich mich jetzt nicht. Das Kinderzimmer ist dauer. Hier gibt's genug Gemüse. Hast du, hast du mal die Menge an Spielzeug gesehen? Ja. Oberzicker. Wie man sieht da, Obst ist im Haus. Oberzicker, vergess mich gleich. Obst ist im Haus. Obst ist im Haus. Wuff. Was macht der Hund hier? Wo bist du, wo bist du? Guck mal. Danke. Guck mal, Bahnturz. Nein, ich mein das ernst. Nein, guck mal wirklich. Der eine steht hier und der andere liegt da. Was ist denn mit unseren Teammates los? Weiß ich nicht. Warte. Hallo. Das ist ein bisschen kritisch. Na? Ey, wieder. Wieder mal was. Junge ey. Weg mit dir. Weg mit dir. Boah, wieder um die. Ja. Der C kommt. Oh, Entschuldigung. War ein Kopfschuss. Tut mir leid. Hab ich nicht gesehen. Ey. Hey. Du fuchst. Du Arsch drauf. Das hast du auch extra gemacht, Arsch. Nein, das hab ich nicht extra gemacht. Überhaupt nicht. Du bist mir einfach vor die Flinte gelaufen. Aber warum machst du das? Wie ich hab dich tot gefressen, Mann. Mir scheißegal. Wegen dir fresse ich dauernd Tode, Alter. Du schießt mich dauernd weg. Mit Granaten und was weiß ich. Mario spielt heimlich für die anderen. Ja, ich glaub auch. Ja, natürlich. Au. Sorry. Ich kann nix dafür, wenn du mir davor läufst, Alter. Tut mir leid. Du bist mir vor eure Waffe gelaufen. Ich lauf dir jetzt extra vor die Waffe, damit du rausschließt. Weg da. Ach, der lebt noch. Läuf. Ich dachte, er wäre tot. Waren wir wohl. Wo bist du? Ach, hier. Soll ich ihm Headdy geben jetzt? Komm, 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 komm. Und, 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 und. Du hast dich so schön gebückt, da musst du dich einfach reinhalten, gimme ja, ne. Jo! Leck meinen Fuß, Mann! Bäh, ne. Sauber lecken. Dann fang mal an. Deee! Eee, halt der Mama. Oh Mario, ich könnte dich jetzt schon von hinten erschlagen, ey. Und er stirbt, ey. Karma, Karma, bitch, Karma. Tschüss. Egal. Scheiße. Selber Karma, bitte. Weg. Weg. Nein! Oh, wieder eine Granate. Schade, diesmal nicht meine Granate. Ich hatte eigentlich nur noch gewartet, dass ich lese, Black's World hat eine Granatenfigur. Wäre lustig gewesen. Wöhöhöhöh. Wäre lustig gewesen. Höhöhöhöh. Höhöhöh. Woh. Bon lustig. Oh, Panzer, Panzer, Panzer! Oh, Scheiße. Ich laufe die Treppe runter, und ich stehe direkt der Panzer vor meiner Nase. Bei B. Bei B war der. Komm ich brauche noch ein Gefährt. Irgendwas. So ein Schneemobil oder ein Panzer oder ein Geschütz. Der Panzer ist gehittet? Ja ich versuch den zu finden. Also ich seh den aber ich kann ihn nicht anbesehen gerade. Der Panzer ist down. Und irgendwie schießt ihn wieder Sniper auf mich. Dann ist er da hinten. Eine Rakete auf den Panzer schon gegeben. Zweite Rakete kommt. Oh ist da ein Baum hingeblieben? Ich muss hier weg. Der Panzer ist gleich tot. Ja ich hab den Panzer geholt. Jawoll. Habe ich meine Tarnung? Ja. Ich hab meine Tarnung nicht. Was? Ich hab meine Tarnung nicht wie gleich. Drehpanzer nicht oder was? Weiß ich nicht. Wo ist er eigentlich? Ist ja auch ein Boden Panzer. Du hast noch was. Noch ein Panzer. Versuch eine Arme zu holen. Mein dieser kack Sniper. Wo sitzt der denn? Ich höre ihn die ganze Zeit weil ich hier rumrenne. Aber ey man. Warum Snipern die denn alle? Mann. Das ist doch... Die Boote haben nur aufgezählt. Zählt denn dann hier so ein Panzer nicht? Der Ex-User ist kein Boden. Äh. Der Ex-User ist kein Boden. Der Ex-User ist kein Boden. Ja eigentlich so. Panzer zerstört. Ich hab ja keine Tarnung bekommen. Doch jetzt hab ich die Goldtarnung. Boah. Endlich. 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 Endlich.